Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu Python. Heute ein recht spezielles Anliegen, wie gesagt, basierend auf einem Use Case des Fraunhofer-Instituts. Und ja, ich habe hier mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar, wir haben hier letztes Mal Created-Ad mit einem wunderschönen Pandas-Timestamp versehen. Das sieht ganz cool aus, funktioniert auch wunderbar. Allerdings haben wir jetzt folgende Situation. Das ist eine Unix-Timestamp und wir speichern die als Integer. Das kommt gelegentlich vor und ist ein kleines Upsi. Kann aber passieren und sieht dann folgendermaßen aus in der Datenbank. Denn jetzt haben wir es tatsächlich als Zahl hier stehen und müssen jetzt irgendwie in Pandas umwandeln, dass diese Zahl, die hier steht, auch wirklich als Datum verwendet wird. Das heißt, wir gehen hier mal ganz kurz in dieses SQL, also beim Lesen, wisst ihr was ich meine? SQL Alchemy to Pandas in diese Datei rein. Die liest ihr aus der Datenbank und naja, das funktioniert auch ganz gut erstmal. Allerdings bekommen wir natürlich hier auch nur diese Timestamps raus. Wir sehen hier auch, dass das ein NumPyInt64 ist, von dem diesem Created-Ad abhängt. Okay, also was müssen wir machen? Naja, wir müssen unser Table.DF ein kleines bisschen umwandeln. Das heißt, das Created-Ad, das wird jetzt umgeschrieben als Date-Time. Deswegen nenne ich das jetzt hier einfach mal Created-Ad-Date-Time ist gleich. So, und wenn ich das jetzt hier umwandeln möchte, von einem, naja, einer Timestamp in eine Zeit, die ich auch mit Pandas auslesen kann, dann mache ich hier ganz einfach ein PDF, also Pandas.toDateTime und kann hier drin direkt ein komplettes, ja, komplettes Feld sozusagen umwandeln. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, df von, in unserem Fall Created-Ad, halt, stopp, Table.DF heißt das, sorry. Das vergesse ich gelegentlich. Table.DF von Created-Ad, naja, das wollen wir umwandeln in eine Zeit, die uns passt. Jetzt gucken wir uns das Ganze aber nochmal an, denn so ganz fertig sind wir noch nicht. Ähm, und zwar sehen wir jetzt hier, was passiert ist. Wir sind hier bei Zeiten 1970, ähm, 0, 0, 0, 1, also quasi eine Sekunde nach 1970 und zwar eine Sekunde, Komma, 6, 3, 7, 1. Hm, das ist nicht so ganz richtig. Wir müssen hier noch angeben, was genau eigentlich hier das Ganze ist. Also in unserem Fall hieß es hier, äh, ich glaube, das wurde in Nanosekunden oder sowas gemessen hier. I don't know, auf jeden Fall nicht in dem, was wir eigentlich ganz gerne haben wollen. Ähm, wir wollen hier das Ganze mit der Unit und ich glaube, das sind Sekunden gewesen, die wir hier umwandeln wollen. Wir wollen das Ganze mit den Sekunden umwandeln und sehen hier, haha, heute ist der 17.11., wenn ich das hier gerade aufnehme. Und zwar um 15.16 Uhr und 10 Sekunden habe ich hier angefangen. Ähm, das stimmt allerdings nicht, wobei doch, stimmt. Es stimmt eigentlich, aber es ist nicht genau meine Zeitzone, das ist aber in Ordnung soweit. Okay, ähm, ja, also das wäre die Möglichkeit, wenn wir hier das Ganze als Unix-Timestamp, als dummerweise Integer in unserer Tabelle drin haben oder irgendwie anders eine Unix-Timestamp zur Verfügung haben, wie wir das Ganze dann umwandeln können in eine Sekunde oder in eine, ähm, in eine Timestamp, die uns dann auch am Ende passt. Ähm, wir sehen hier trotzdem, dass Table von df-created-add natürlich ein Integer ist, ein NumPy int64, das ist klar. Aber gucken wir uns doch mal ganz kurz das hier an. Denn das ist ja jetzt hier eine ganz normale Timestamp gewonnen, also die created-add-date-time. Das ist ja das, was wir hier neu hinzugefügt haben. Äh, created-add ist immer noch die Unix-Timestamp und created-add-date-time, das wiederum ist das, was wir neu generiert haben. So, wenn wir das Ganze jetzt wieder zurück machen wollen würden, weil wir die Unix-Timestamp aus irgendeinem unerfindlichen Grund brauchen, ähm, dann können wir das natürlich auch machen. Ähm, ich mache jetzt hier einfach mal ein Table df von Reconverted, äh, Converted to Unix-Timestamp. Langer Name, aber ich weiß, was damit gemeint ist, also ist er gut. So, wenn ich das zurückwandeln möchte, dann kann ich mir die Unix-Timestamp auch komplett als Floating-Point-Zahl zurückgeben, wenn ich das möchte. Das heißt, ähm, hier kann ich ganz einfach sagen, ähm, ähm, pandas.time, ups, Punkt-timestamp von, ähm, dem, was wir hier drin haben, also in unserem Fall Table df von, jetzt wird's, jetzt wird's hässlich, weil es ja lange Zahlen, äh, Namen sind hierbei, von created-add-date-time. Und hiervon möchte ich jetzt aber bitte ausschließlich die Punkt-timestamp haben, timestamp. So, ähm, und damit bekomme ich meine, meine Zahl sozusagen wieder. Jetzt printen wir uns das mal ganz kurz aus und schauen uns mal an, wie das dann am Ende aussieht. Das dauert ein bisschen jetzt, genau, ähm, so, ähm, das wäre die Funktion, die wir aufrufen müssten, wenn wir wirklich nur mit einem arbeiten, ähm, also mit einem Objekt, zum Beispiel mit, ja, mit von Null oder sowas, ja. Ähm, aber hier in diesem Fall wollen wir mit einer Series arbeiten und die Series hat natürlich kein Objekt.timestamp, ja. Deswegen müssen wir hier, das kennt ihr auch schon, mit der Apply-Funktion arbeiten. Das heißt, wir sagen hier ganz einfach, wir nehmen uns das Ding hier, die, ähm, table df, äh, created-add-timestamp und applyen hier für jedes Element eine Funktion. Und diese Funktion ist ganz einfach die Timestamp-Funktion. Allerdings achtet darauf, dass ihr die Klammern wegmacht, weil, wie gesagt, das wird als Function-Pointer übergeben. Und wenn ihr nicht den Function-Pointer übergebt, sondern die Funktion aufruft, dann bringt das euch relativ wenig. So, wenn wir das jetzt so haben, dann wird mir hier tatsächlich am Ende wieder eine gewisse Zahl ausgegeben, nämlich, ähm, 1,637162 mal 10 hoch 9. Ähm, das lässt sich relativ gut rausfinden, nämlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ähm, und die Null am Ende fällt weg. Das heißt, ja, hier, ähm, im Endeffekt, äh, genau das, was hier steht, nur halt als Gleitkomma-Zahlen. Äh, wenn ihr das jetzt hier auch noch haben wollt, dass das eine ganze Zahl sein soll, ähm, dann könnt ihr hier auch noch ein, ähm, ein Punkt Apply machen und dann eben hier das Ganze in eine ganze Zahl konvertieren. Auch das lässt sich, äh, relativ leicht durch Apply lösen. Das heißt, wir, ups, das heißt, wir sagen hier einfach Punkt Apply von, ja, was müssen wir zuerst machen? Wir müssen vielleicht runden, vielleicht haben wir ja nicht unbedingt was Ganzes, ja, wir wollen aber trotzdem nur was Ganzes da haben. Das heißt, ähm, Round müssen wir drauf anwenden. Und als nächstes, weil, wenn ich nur Round anwende, sieht das Ganze so aus, können wir einmal ganz kurz machen, dann haben wir hier, okay, in unserem Fall haben wir hier ganze Zahlen, muss aber in dem Fall nicht unbedingt gegeben sein. Das heißt, normalerweise Applied man am Ende einfach noch Integer auch noch drauf. So, und damit habe ich jetzt hier eine Spalte generiert, die mir, ähm, die Reconverted to Unix Timestamp, die mir hier genau dasselbe wieder ausgibt, wie das, was ich da vorne hatte. Das heißt, ich kann quasi zwischen den einzelnen Sachen hin und her konvertieren. Ich kann über Timestamp.Timestamp kann ich Daten zu, ähm, ja, zu Zeiten oder halt zu Unix Timestamps konvertieren. Ich kann aber genauso gut auch aus der Unix Timestamp mit To Date Time auslesen, ähm, was das eigentliche Datum ist und damit dann weiterarbeiten. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, mit den Timestamps von Pandas zu arbeiten. Das heißt, mit diesen wunderschönen Daten hier, sowohl speichernd, also hier drin, nicht das Ganze als Integer zu speichern, sondern als Date Time. Und auch hier würde ich euch empfehlen, das Ganze eben nicht als, äh, Integer zu handhaben, sondern ich würde euch in den meisten Fällen empfehlen, das wirklich als Date Time Objekt zu handhaben, weil die einfach sehr viel mehr Funktion haben als ein Integer, weil man da nicht mehr so viel machen muss. Man kann da einfach ein Time Delta oder sowas aufrufen oder nach vorne schieben um ein paar Sekunden, das habe ich ja alles schon gezeigt, ähm, und dann kann man da sehr, sehr viel mitmachen. Grundsätzlich aber alles eine gute Option und, ja, ich hoffe, ich konnte soweit helfen bei Problemen, die aufgetreten sind und ich hoffe, es hat auch soweit Spaß gemacht. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.